Liebe Lego-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Heute geht es um den Lego Dune Ornithopter. Ich sage gleich vorweg, ich habe den Film immer noch nicht gesehen. Es kommt noch, ich verspreche es, bevor das Set released wird, werde ich ihn mir noch anschauen. Aber bitte steinigt mich nicht, wenn ich hier irgendwelche Charakternamen falsch ausspreche. Ich gebe mir Mühe, es vorbildlich zu machen. Aber das Set war ja jetzt schon länger in der Gerüchteküche. Ich hatte da auch schon öfter drüber berichtet. Heute wurde das Ganze jetzt endlich offiziell vorgestellt von Lego. Ist mittlerweile auch schon im Lego Online Shop vorbestellbar. Davon würde ich aber abraten, dazu gleich mehr. Wir fangen erstmal mit den Hard Facts an. Das Ganze heißt Dune Atreides Royal Ornithopter. Hatte ich seit Nummer 10-3-2-7 und besteht aus 1369 Teilen. Kosten tut das Ganze 164,99 Euro. Das wussten wir eigentlich auch schon alles. Erhältlich ist es dann ab dem 1. Februar 2024. Eigentlich war wohl mal geplant, dass das Ganze schon im November rauskommt. Da sollte ja ursprünglich auch der zweite Teil von Dune im Kino starten. Das Ganze wurde dann aber verschoben wegen den Streiks in Hollywood. Und wahrscheinlich hat sich dann Lego auch gedacht, verschieben wir unser Set die drei Monate dann auch noch hinterher. Ich glaube, der Film soll jetzt im März anlaufen. Der Dune Ornithopter von Lego im Februar, am 1. Februar soll er rauskommen. Ganze lässt sich jetzt schon vorbestellen. Im Lego Online Shop habe ich ja gerade gesagt. Allerdings für 164,99 Euro. Dafür würde ich allerdings abraten. Weil, so wie ich das verstanden habe, wird das Ding auch ganz normal im freien Handel erhältlich sein. So ein bisschen vergleichbar mit Optimus Prime vielleicht. Also ich nehme mal an, nach ein paar Wochen vielleicht auch schon Vorbestellerangebote wird es hundertprozentig auch geben, wo ich jetzt drüber rede. Also 120 Euro ist bei dem sicherlich ohne Bedenken hier auch drin. Wie gesagt, das Ganze kommt auf den freien Markt und ist auf keinen Fall Lego-exklusiv oder irgendwie limitiert oder so, falls ihr noch kein Lego-Set gekauft haben solltet. Und jetzt, weil ihr Dune-Fans seid, hier auf dieses Video stoßt, dieses Set ist in keiner Weise limitiert. Ihr bekommt das ganz normal im Handel. So, was macht das Ganze hier besonders? Es ist eigentlich ein großes Spielset für Erwachsene, was ich erst einmal gar nicht so schlecht finde. Auch wenn an der einen oder anderen Stelle die Optik vielleicht ein bisschen darunter leidet. Aber wir haben hier etwas, was eigentlich nicht unbedingt typisch für Lego-Icons ist. Das ist ja die große Themenreihe, unter der Lego alles zusammenfasst, was so Produkte sind für 18+, also für Erwachsene, die sich dann eigentlich mehr so zum Ausstellen eignen. Das tut dieses Set hier auch, aber wir haben hier auch ganz klar viele Spielaspekte drin. 18+, bedeutet halt auch wieder in diesem Fall, vornehmliche Zielgruppe sollen Erwachsene sein. Bedeutet aber nicht, dass das irgendwie jetzt sonderlich komplizierte Bautechniken sind. Eher im Gegenteil. Lego will mit den Sets Einsteiger ansprechen, die sich hier vielleicht zum ersten Mal ein Set kaufen. Und viele Bautechniken sind halt eigentlich sehr simpel und vor allem auch sehr gut erklärt in den Anleitungen. Aber kommen wir mal zu den Funktionen von diesem Set hier. Das hatte ich ja in mehreren Gerüchte-Videos auch schon besprochen, beziehungsweise ja angesprochen, dass es hier bewegliche Flügel geben soll. Und die gibt es jetzt tatsächlich. Ich habe ein Video gesehen von den Lego Fan Media Days, da hat auch der Designer ein bisschen drüber gesprochen. Und der meinte wohl, sie hätten das Set auch tatsächlich um diese Funktionen herum designt. Also die Funktion steht hier im Vordergrund. Und ich glaube, ich werde hier mal das Video so ein bisschen einblenden. Auch noch zumindest ganz kleine Ausschnitte, damit man sieht, wie sich die Flügel letztendlich bewegen. Von Brick Fanatics, ich werde es auch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken, falls ihr euch das da komplett ansehen wollt. Ja, es gibt nämlich einmal natürlich die Funktion, die Flügel ein- und wieder auszuklappen, so wie das wohl auch im Film ist. Und die lassen sich dann halt auch während des Fluges, sag ich mal, einklappen, um dann diesen Sturzflug zu simulieren, meinte der Designer. Der kommt wohl ganz prominent auch im Film vor. Was ich aber besonders cool finde, ist, dass es im Inneren des Onisopters so eine verbaute Feder gibt. Und wenn man auf die draufdrückt, während die Flügel ausgeklappt sind, dann flattern die so ein bisschen, eben wie bei einer Libelle oder wie das dann eben hier auch bei diesem Onisopter im Film der Fall ist, was wirklich sehr cool ist. Es sieht jetzt nicht unbedingt sonderlich schnell aus, weil die vibrieren ja eigentlich im Film so ganz schnell, um dann eben auch zu fliegen. Beim Lego-Modell ist es gezwungenermaßen etwas langsamer, aber trotzdem wirklich cool, dass diese Funktion hier eingebaut ist. Und da sind wir dann eben auch schon beim Negativteil, sag ich mal. Durch diese ganzen Technikfunktionen geht zum einen Platz verloren im Set, hat auch der Designer angesprochen. Ich nehme an, da ist irgendwie so ein Truppenabteil drin oder so, wo dann noch mehrere Figuren drin sitzen können im Bauch eigentlich im Film. Das geht hier alles durch die Technikfunktionen verloren. Und ich finde, es sieht auch ein bisschen zu schroff aus. Also es ist nicht so wirklich feindesignt. Man sieht hier und da wirklich die Techniksteine durchblitzen, auch ganz viele von diesen roten Technikverbindungsteilen, keine Ahnung, wie die heißen. Das guckt hier alles so ein bisschen raus. Aber immerhin haben wir dann trotzdem dadurch diese coole Funktion. Ist halt eine Frage des Geschmacks. Auf den ersten Blick aus manchen Winkeln stört es mich, dass es jetzt nicht so cool aussieht, der Onysopter. Aber ich denke mal, wenn man es in der Hand haben wird, dann das Set und dann damit rumspielt, ist dieser Gedanke auch ganz schnell vergessen. Da würde dann zumindest bei mir wahrscheinlich auch die Funktion über dem Design stehen erst mal. Auf lange Sicht ist das dann natürlich eine andere Frage, weil ich glaube, die ersten zwei Tage rennt man damit vielleicht durch die Wohnung und spielt so ein bisschen rum. Aber man will es ja dann doch irgendwie ausstellen. Und ob das dann nach zwei, drei Jahren immer noch so cool aussieht, wenn da überall die Technikteile rausblitzen und man eben nicht mehr damit rum eiert, ist dann eine andere Frage. Das wird dann die Zeit ergeben. Jetzt hatte ich gerade angesprochen, das Ding ist ja auch ziemlich groß. Die Werte will ich auch noch mal kurz hier vortragen, wenn ich sie denn finde. Ja, mit ausgeklappten Flügeln 23 cm hoch. Das ist erstmal noch nicht so beeindruckend. Aber 57 cm lang und 79 cm breit. Und ich denke, das ist ein echter Hingucker im Regal. Ich glaube, die wenigsten werden den dann auch so mit aufgeklappten Flügeln ausstellen können. Aber wie gesagt, die kann man ja auch einklappen. Und im Landemodus, was ich auch sehr cool finde, gibt es auch die Funktion wirklich sehr flüssig. Und mit einem Zug, da gibt es auch im Video einen Ausschnitt, dreht man an einem Knopf und alle vier Füße fahren dann automatisch ein. Also das ist wirklich sehr gut gemacht. Hier fällt das Technik-Design nicht so ganz so stark ins Auge, sage ich mal. Aber das ist natürlich auch hier eine Technik-Funktion mit den Landefüßen. Da gibt es noch eine weitere Funktion. Das Cockpit lässt sich noch links und rechts hochklappen. Im Inneren befindet sich dann so eine kleine Sitzreihe, die man auch rausnehmen kann. Und da kann man dann eben zwei Figuren reinsetzen, die sich dann vorne in diesem Ornisopter befinden und den dann eben fliegen können. So, ich denke mal, das war es eigentlich alles schon, was wir zu dem Fliegeviech erzählen können, das wirklich durch seine Funktion, zumindest für mich, sehr beeindruckend ist. Aber ein weiteres Highlight für viele sind natürlich die Minifiguren. Die hatte ich ja auch schon vor einer Woche, vor zwei Wochen, keine Ahnung, hier irgendwann mal in einem Video schon veröffentlicht. Da haben wir einmal, und wie gesagt, bitte steine ich mich nicht, wenn ich die Charaktere falsch ausspreche, Paul Atreides, wobei ich jetzt gesehen habe, der heißt im Englischen wohl Atreides oder so. Also, ich sage Atreides, Lady Jessica haben wir, Gurney Halleck, Sharni, Leto Atreides, Liet Keens, Duncan Idaho und Baron Harkonnen. Da habe ich ja im letzten Video noch gescherzt, dass er hier mit seinem langen Umhang genannt wird. Jetzt wissen wir auch, warum. Der hat nämlich wirklich einen extrem langen Umhang hier. Und das ist tatsächlich auch ein Stoffteil. Star Wars, Captain Rex, lässt grüßen. Naja, das Stoffteil hier geht auf jeden Fall über schon ein paar Zentimeter. Also so, weiß ich nicht, 10 Zentimeter ist der bestimmt hoch. Hier sieht auf jeden Fall beeindruckend aus, auch wenn er dadurch irgendwie nicht so wirklich zu den anderen Figuren passt. Was ich bei den Figuren ein bisschen enttäuschend finde, ist, dass hier unser Hauptcharakter Paul oder Paul mit diesem grünen Anzug dargestellt wird. Der ist irgendwie sehr, sehr detailarm. Und ich kenne das jetzt halt auch nur von den Postern, wo er eben auch einen von diesen grauen Anzügen anhat. Klar, man kann es tauschen, dann einfach die Köpfe umtauschen, ist ja Lego. Dann hast du den auch in diesem grauen Anzug. Aber dann fehlt ja der Körper wieder von der Figur, die eigentlich diesen grauen Anzug vorher angehabt hat. Vielleicht kann man sich da irgendwie über Bricklink oder so halt diesen grauen Anzug besorgen. Ich weiß nicht, vielleicht kommt der grüne Anzug auch sehr prominent im Film vor. Aber für mich jetzt als Außenstehender ist der von der Optik auf jeden Fall hinter diesen grünen Anzügen sehr, sehr weit hinterher. Denn der hat zum Beispiel auch keine bedruckten Beine. Das haben wir ja bei diesen vier grauen Anzügen alles. Da haben wir auch noch eine Frau mit so einem Umhang. Ich glaube, Shani ist die andere mit der etwas helleren, dunkleren Haut, die dann auch hier auch noch so einen Schal umhat oder irgendwas. Wir haben eine Frau oder einen Mann, ich glaube, es ist eine Frau, ganz in Gold gekleidet. Sieht auch nett aus. Sie hat auch nochmal so einen drucktes Gesicht mit so einem Goldschleier davor. Also die Figuren auf jeden Fall in Gänze. Ein Highlight, auch wenn es hier leider gerade beim Hauptcharakter auch ein bisschen ins Negative heraussticht. Aber ansonsten, ich glaube so, wenn man den kompletten Cast hat und den dann hier vor seinem Ordnissopter ausstellt, also das ist wirklich schon ein rundes Set. 165 Euro ist zwar eine Stange Geld. In Amerika kostet es übrigens nur 150 Dollar, habe ich gesehen. Klar, da kommt noch Steuer drauf. Aber ansonsten ist er eigentlich immer meistens eins zu eins. Also da eigentlich schon wieder billiger. Aber nicht so schlimm, weil bei uns kommt das Set ja dann auch, wie gesagt, in den Freien handelt. Ja, ich werde es mir, glaube ich, auf jeden Fall holen. Also ich freue mich da schon, hier mit meinem Daumen so hinten drauf zu drücken und damit dann durch die Wohnung herum zu spielen. Also ich glaube, das wird ziemlich cool werden. Ja, aber ansonsten verhartet mir gerne eure Meinung hier in den Kommentaren. Was haltet ihr davon? Lange haben wir ja schon in der Gerüchteküche davon geredet. Jetzt sind hier endlich die Bilder da. Seid ihr beeindruckt, positiv wie negativ? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. An dieser Stelle auch nochmal ein kurzer Hinweis, hätte ich vielleicht auch schon am Anfang sagen sollen. Ich habe jetzt auch einen WhatsApp-Channel, wo ich immer so Push-Nachrichten raushaue. Wenn hier auf YouTube oder auf TikTok ein neues Video veröffentlicht wurde, da könnt ihr gerne auch abonnieren. Ist kostenlos und auch anonym. Also ich sehe eure Nummer nicht, ihr seht die Nummern von den anderen nicht und die anderen sehen eure auch nicht. Also wirklich eigentlich ganz cool. Kriegt ihr halt Push-Nachrichten sozusagen. Dann müsst ihr auch oben noch die Glocke aktivieren. Schaut da gerne mal rein. Ja, ansonsten bleibt mir jetzt nichts anderes zu sagen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Und tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.